hallo meine lieben und herzlich willkommen zu einem neuen, ja, Let's play nicht, aber zu einem neuen Spiel und das ist UNO. Wir spielen meine Runde UNO, ich habe natürlich schon gespielt, wir spielen mal das normale UNO mit allen Sachen an. Und, ähm, wir spielen nicht online, wir spielen klassisch, äh, also Solo. Gute Karten habe ich, ja. 7 macht natürlich. Boah! So, kalt. Äh, wie gesagt, ich bin Level 8. Ein bisschen habe ich schon gespielt. Bam! Schön. Schön da eine reingedrückt. Oh, mal aufnehmen. Wenn wir ziehen, das passt, habe ich an. Oh, bitte. Ah ja, schon wieder. Kai Hawking. Ich weiß nicht, wie lang jetzt das geht. Bam, du musst ziehen. Bam, er muss ziehen. 4 Karten. Oh. 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 Wieso nur? Wieso bekomme ich? Oh. Nee, das ist doch nicht wahr. Oh. Nimm die Karten weg. Sag mal, was soll denn das? Alter. Nee, nicht grün. Alter. Ey, guck mal, die lachen mich die ganze Zeit aus, ne? Ach, fuck. Ja, bitte. Oh. 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 Nein. Was soll die Scheiße? Werbung. Okay. Ich bin mal. Und dann. Ach. 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 Oh, das ist ein Beispiel. Ach. Ich bin. Oh. Oh ja, grün wäre super. Alter. Wow. Da. Ach, bin ich dumm? Ja, nö. Ist doch gut. Ich nehme die hier. Au. Gleich hinlegen hier. Gleich hinlegen. Weg. Oh, komm. Ich muss gewinnen. Oh ja. Komm, schmeiß zurück. Oh, was soll der Scheiß? Ich muss ja sowieso einen von denen einsetzen. Von daher. Ist gut. Was hat er sich grün gewünscht? Zum Glück. Alter. Oh. Blau. Okay, wir spielen doch nur eine Runde. Die Runde geht doch schon. Mach ich das so. Scheiße. Alter, rot. Ich will mich doch verarschen. Ich will mich verarschen. Ja. Hm. Alles klar. Ja. Ja. Hat er dich ja eh so kacke, ne. Alter. Nicht nur so viele Karten. diese rot natürlich schlechter scherz das ist so ein schlechter scherz die runde keine ahnung wie lange alter ich kann mal sieben minuten erstmal blocken nämlich verarschen oh ja wie viele punkte gut ich verlasse damit verabschiede ich mich mit dieser eine runde und ich hoffe es hat euch gefallen lassen sich vielleicht aber nicht mehr machen soll also mehr von nun und auch mehr von monopoly auch natürlich rein lassen sich gleich abend abo da